So spielen wir da! Ja, wir hören alle zu! Wir bekommen Befehlen! Ich bin wieder da, ja? Hast du gehört? Hallo? Warte kurz, Piep! Jo! So, bin ich gespannt! Grüße von Shay! Hallo, zurück! Dankeschön! Ich bin gemutet, aber du kannst angreifen, ja? Okay, gut! Sehr gut! Gleich greife ich ein! Habe ich alles jetzt? Sie erzählt eine wichtige Story! Okay! Und unterstützt das Rüstzeug! Marschiert! Schätz jetzt! Und vermisset nicht! Also, let's go! Ich bin jetzt bereit! Ich bin jetzt bereit! Lasst den Krieg beginnen! Ich bin jetzt bereit! Ich bin jetzt bereit! Ich bin jetzt bereit! Nee, ich bin hier sicher! Das war's! Waaaah! Boah, die sind übrigens gut hier, Alter. Alter, die sind richtig gut in der Reihe da. Da hast du gewonnen, die Schlacht, hab ich doch gewusst. Boah, voll viele, Alter. Du hast über 4 Einheiten noch übrig. Ja, ne? Heftig. Ich hab alles verloren an Einheiten. Ernsthaft? Ja. Das ist meine Chance. Das könntest du tun, ja. Wenn du es gut machst, gewinnst du es jetzt. Gewinnst du nur prozentig. Ja, das schaffst du locker. Mal hier, du bist richtig gut dabei. Machst du locker, weil die erste ist schon platt. Siehst du das? Es geht ruckzuck hier. Du ziehst dich denn zurück? Boah, du Schwein gehabt. Boah. 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 Ich heiße euch. Boah. Ich kenne meine Pflicht. Hmmmm. Boah. Und denke, dass du es willst. Probieren wir was, hier. Zack. Oh, wie soll die hier draufballern, Alter? Mega high, nice. Die nächste Aufgabe. Tja. Und jetzt? Was machen wir jetzt? Aussagen. Ist doch scheiße so. Es muss doch irgendwie mal gewonnen werden. Ja, was ist das Spiel, ne? Ich hab keine Ahnung. Wir sind jetzt in einer Paz-Situation. Auf jeden Fall hat Aki gewonnen, hundertprozentig. Ich versuche, den Krieg zu gewinnen. Seht so euer Dings, ich gehorche aufs Wort. Der hat acht? Ah, die sind schwächer, okay. Ja. 46. Du machst kurz. Okay. Ist aber ungewöhnlich, da müssten die eigentlich die Reiter um. Ich weiß nicht, was mit dem Team so schlimm sei nicht. Tja, ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll. Ich bin jetzt ratlos. Das musst du schauen. Das kenn ich nicht mehr. Kannst du schauen? Wie der Wind ist jetzt auch eine Sturge? Nein. Hör auf zu schauen. Hier. tja keine ahnung was ich jetzt tun soll bin jetzt ratlos tja hast du noch rohstoffe gold hast du auch nicht mehr das ist die große frage ja die frage ist nur wen als erstes ich habe kein gold mehr ich auch nicht so gut da kannst du doch belagerungsgeräte bauen die bauen kosten ja gold also gold hat also gold habe unendlich viel das ist gut essen ist halt mein problem jetzt gerade das kannst du ja machen aber ich weiß nicht wie ich deine türme da deine burgen da weg mal da musst du mal ein paar soldaten mehr machen geht nicht geht das nicht weil ich schon zu viel habe da musst du ein paar töten kannst du alle machen ich habe sowieso keine chance gegen die super einheit von dir sind so stark diese reiter richtig stark weil die heilen sich selber und das heißt sie sind in diesem verbundbar am ende ja die heilen sich aber nur wenn sie nicht in einen kampf verwickelt sind ach das wusste ich zum beispiel nicht okay tja ich weiß nicht was ich jetzt tun soll ratlosigkeit ich habe keine rohstoffe mehr ich habe gleich keine rohstoffe mehr wie viel einheit hast du also mit her ist doch gut ich habe gerade mal nur 106 ich habe 146 werde eine kanone mich auch die reiter kriege ich nicht platte sind so stark ich habe gedacht das klappt das die kann diese kanonen die sind so gut gegen die pferde meinst du ich hatte vor uns drei kanonen gehabt die haben nichts ausgerichtet gegen die doch du hast es nur nicht mitbekommen weil meine einheiten dich die ganze zeit wieder regeneriert haben ja das ist ein spannender kampf nehmen wir jetzt in einem Fazit dazu ja tja keine ahnung was ich jetzt tun soll ja ich glaube ich habe die bevölkerung erreicht hm tja ich weiß was ich tun werde ich habe einen Plan jetzt kommts na dann zeig mal her den Plan da musst du dich nur ein bisschen gedulden wenn du das fertig ist Geduld habe ich nicht Weltwunderbauern oder was nein wir haben kein Weltwunder an naja stimmt tja ich probiere es jetzt einfach nochmal tja macht hier mal mit weiterhals hm tja was war das jetzt ja ich mach deine Mauer kaputt ey bist du fein ich hab ne Idee nach Befehl ich hab ne Idee überhufe jenen Narren in dem Sattel und bereit euer Befehl Gehäse was gedachtes zu machen die Rösser zerren am ich reite nach Befehl hm genau das funktioniert weiß ich nicht hm 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 Gehäse für den Anfang über den Feinden den Tod hast du Befehl die Rösser zerren am Geschirr hm alles verzieht eure Sporen an zieht eure Sporen an dreht und bewegt euch Reiter ich werde fortreiten Gehäse was wird auch das zermal Gehäse Gehäse was wird auch das zermal die Rösser zerren scheiße jetzt bin ich gespannt ob das funktioniert jetzt bin ich gespannt ob das funktioniert alles zieht ab alle ziehen ab die Rösser zerren gegen die Rösser zerren wir sind und du hast du welche der Fäse die Rösser zerren Tchuuu 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 Keine Chance Die Armee ist unbesiegbar Tchuuu 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 Ich weiß nicht was ich machen soll Tchuuu 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 Tchuu Tchuu Tchuuu Tchuu Tchuuu Tchuuu nur kannst du das eigentlich angreifen und platt machen los greift doch mal an sei nicht so schüsse haben dann mach mich doch mal platten wenn ich habe sowieso verloren stell dich nicht so an der rastet der rastet jetzt zeigt doch mal genau greift mich an los zeig nur da haben wir in klasse gewonnen hast du so gut wie gewonnen klar ist jetzt gewonnen komm ein bisschen schneller siehst du hast gewonnen soll ich aufgeben oder nicht wieder aufgeben ja ich probiere es mal wie ich die platte machen na siehst du hast du so lange gebraucht dafür wieso greifst denn das an sollst die wahrzeichen angreifen ok ich habe verloren siehst du hättest so viel ehre machen müssen ich geb auf fast gewonnen liste kapitulieren hast du gewonnen